Herzlich Willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute meine Lieblingsübung, wo du energetisch mit deinen Augen arbeiten kannst, also dranbleiben. Ich habe ja am Mittwoch ein Video mit einer Meditation für die Augen veröffentlicht. Das heißt, wo du energetisch mit deinen Augen, mit der Gereiztheit, der Trockenheit deiner Augen arbeiten kannst. Und das ist natürlich ein Problem, denn gerade in diesen Zeiten starren die meisten von uns immer mehr auf Bildschirme oder auf Handy-Displays. Und das ist natürlich für die Augen nicht immer das Idealste. Und ich merke es bei mir selber auch. Also seit ich mehr am Computer arbeite, natürlich auch für dich die Videos schneide, werden meine Augen immer trockener. Und ich brauche da auch immer öfter mal Auszeiten und eine Pause, wo ich merke, dass sich die Augen regenerieren können. Und interessanterweise ist meine Lieblingsregenerationsübung der Augen und eine der wirkungsvollsten Übungen, die ich überhaupt kennengelernt habe in dem Bereich, das sogenannte Palmieren, nicht das Panieren der Augen, sondern das Palmieren von Palm, also Handfläche. Und da steckt eigentlich schon das ganze Geheimnis dieser Übung drinnen. Kennengelernt habe ich die Übung durch eine Professorin in Latein, damals in der Unterstufe. Also ist ja erst fünf Jahre her. Also ist schon eine Zeit lang her. Und jetzt möchte ich dir kurz mal sagen, um was es da geht, nämlich auch von der energetischen Theorie. Und diese Professorin kam damals immer rein und sagte, okay, das ist jetzt die letzte Stunde für heute, ihr seid müde, jetzt steht ihr mal auf, streckt euch durch, dann legt eure Handflächen auf die Augen und schaut einfach auf eure Handflächen. Also so hat sie uns das damals gesagt. Und nachdem ich ja jetzt schon einige Zeit mit energetischer Energiearbeit verbracht habe, möchte ich da kurz mal was dazu sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass die Augen natürlich sowohl Energie auch abgeben können, wenn du konzentriert bist, als auch aufnehmen können. Das heißt, es geht durch die Energie natürlich auch genauso, wie du visuelle Informationen aufnimmst, geht Energie rein. Aber du kannst auch Energie abgeben, wenn du klar präsent bist und ganz bewusst in der Gegenwart bist. Deine Hände, deine Handschakren geben auch Energie ab. Das kann man spüren, wenn man die Hände so langsam zusammenführt. Da spürst du dann irgendwann mal so einen Widerstand. Und das wäre dann so, wo so diese Energiefelder der Hände aufeinandertreffen. Und jetzt geht es darum, die Augen energetisch zu aktivieren. Und ich möchte das jetzt eben so mal mit diesem Palmieren einfach mal demonstrieren und sagen. Also am besten ist einfach, du legst dann deine Hände auf die Augen. Ja, so, also mit den Handflächen. Ich mache es am liebsten so, manche machen es so. Ich habe immer das Gefühl, der Hauptenergiepunkt ist hier bei den Handflächen, darum lege ich so auf. Und die Augen sind aber offen. Das heißt, du schaust im Prinzip auf deine Handflächen. Und lässt dann, ich mache es jetzt nur mit einer Hand. Ich kann es dann mit beiden machen, dass ich dich da sehe. Und du schaust dann, dass quasi die Energie von deiner Handfläche ins Auge fließt. Und auch die Energie von deinem Auge zu deinem Auge zurückfließt und so dein Augenmilieu regeneriert. Gereiztheit, Trockenheit, was auch immer so deine Themen sind. Und die Idee ist einfach nur mal die Harmonisierung des Auges. Das heißt, wie bei jedem Ritual auch, nimm das Bewusstsein her. Also mach dir bewusst, du machst diese Übung, um das Milieu deiner Augen zu regenerieren, damit sich deine Augen erholen. Und halte das mal ein paar Minuten und schau mal, wie es dir dann geht. Was du wahrnimmst, ob sich was verändert. Ob du merkst, dass sich vielleicht die Augen entspannen können. Also das wäre so eigentlich mein Lieblingstipp für die Regeneration der Augen. Was natürlich auch gut ist, ich nenne das immer das Stretching für die Augen. Das wäre einfach mal so nach oben schauen, nach unten schauen, nach rechts schauen, nach links schauen oder die Augen kreisen. Also da kann man verschiedene Muskelübungen machen, so links rum schielen, rechts rum schielen, wo man wirklich so merkt, dass die Muskulatur beim Auge wieder mehr gefördert wird. Und das halte ich auch für eine gute Entspannung, eigentlich auch für den Bereich deiner Augen. Ja, das wäre es für heute dann schon. Ich hoffe, du kannst etwas mit dem Tipp anfangen. Probier das einfach mal. Mach mal Pause, palmiere, mach mal ein paar Augenübungen. Und du wirst sehen, vielleicht auch mit der Unterstützung der Meditation, die verlinke ich dir unten, wirst du merken, kannst du bei deinen Augen gut was in Bewegung bringen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Wir sind wirklich nur mehr 30 Abonnenten von den 1000 entfernt. Also das ist richtig, richtig cool, wie sehr dieser Kanal wächst und gedeiht. Und ich freue mich natürlich, dir jede Woche neue Videos und Tipps aus der Welt der Energetik präsentieren zu können. Ich bin Oliver Errini, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich wünsche dir eine gute Zeit, eine klare Sicht und viel Freude. Tschüss, bis nächstes Mal.